Ich erkläre die Aufgabe von Viktoria-See. Da geht es um Wasserhyazinthen, die sich alle 14 Tage verdoppeln. Und in den ersten 14 Tagen nehmen die um 4000 Hektar zu. 4000 Hektar in den ersten zwei Wochen. Das heißt, das kann man jetzt mit Mathe machen und anschaulich. Anschaulich heißt es, ich bin 0, dann 14 Tage, dann 28 Tage. Und von hier nach hier habe ich um 4000 Hektar zugenommen. Und in der Zeit weiß ich, es verdoppelt sich. Wenn es sich verdoppelt und um 4000 zunimmt, dann muss ich hier 4000 gehabt haben und hier muss ich 8000 haben. Und dann verdoppelt es sich wieder und dann habe ich hier 16.000. Und so weiter geht es. So ein bisschen mehr mathematisch kann ich sagen, also wenn es sich alle 14 Tage verdoppelt, dann habe ich irgend so ein f von x. y ist gleich. Irgendeinen Startwert, den kenne ich nicht. a mal, aber dann 2 hoch x durch 14. Das ist eine Funktion, den Startwert kenne ich nicht, aber sie verdoppelt und sie verdoppelt alle 14 Tage. Und jetzt könnte ich mit der Aufgabe, ist natürlich anschaulich schöner, mit der Aufgabe könnte ich es jetzt auch ausrechnen, wenn ich hier, ich habe hier den Startwert, den kenne ich nicht. Aber das wäre, ja genau, ich habe hier den Startwert plus 4000 ist gleich der Startwert mal 2 hoch. So, bei 14 Tagen, also 14 durch 14, okay? Ja, und dann ist es eben a plus 4000 gleich 2 a minus rechnen und dann bekomme ich, also minus a und dann bekomme ich a gleich 4000. 4000, das ist der Startwert, das heißt die Funktion lautet jetzt y gleich 4000 mal 2 hoch x durch 14, ja? Also der Startwert ist hier bei 0, der Startwert. Wir haben das jetzt also so richtig mathematisch gemacht oder das wäre auch in der Lösung vom Buch, wäre das eher so anschaulich. Genau, dann sollen wir bei der B über das Problematische, also ein bisschen was googeln und das ist freiwillig, aber der Viktoria-See ist ein Riesenthema, das ist total spannend. Genau.